Heute mal mit Andi und dem Hund draußen. Oh, jetzt hat das abgeschmiert oder was? Nee. Ah, ich wollte euch mal zeigen, was passiert, wenn wir mal nicht feiern gehen. Ja, dann sieht das so aus. Ja, ich wusste halt sonst, was ich machen soll, wenn ich mal feiern kann. Ja, lief keine Musik. Nein, ich war mir rum.